Ich darf vorstellen, Startnummer 135, Herr Erwin Grisser. Startnummer 115, Pato Purnik. Startnummer 151, direkt Herr Jürgen Fröscht. Mit der Startnummer 157, Herr Littauer, Andreas Slapczynskas. Startnummer 161, aus Kroatien, Herr Marko Wessler. Startnummer 166, aus Polen, von Polen, Wojciech Nadolski. Startnummer 169, Oso von Polen, Petro Szentlo. Startnummer 175, von der Czech Republic, Martin Wieden. Und 178, also von der Czech Republic, Mr. Michael Trofaček. Startnummer 178, also von der Czech Republic, Mr. Michael Trofaček.